Stark statt gestresst als Mama und Frau. So ist der Titel meines größten Online-Kurses, den ich in den letzten Jahren gebaut habe und der natürlich, wie alle anderen Kurse auch, jetzt im März gehen darf, gehen muss, in Rente geschickt wird. Und ich möchte euch in diesem Video diesen Kurs nochmal vorstellen, ans Herz legen. Es würde mich so glücklich machen, wenn noch ein paar weitere Mamas die Möglichkeit nutzen, 70% auf den Kurs zu sparen, jetzt im März und die letzte Chance zu nutzen, die Inhalte für sich zu nutzen. Und deswegen gehen wir in diesem Video mal gemeinsam durch den Kurs durch. Ich habe mir alles aufgemacht. Ich erkläre euch die Inhalte, den Aufbau des Kurses, was die Ziele sind, was ihr mit dem Kurs erreichen könnt. Und darauf könnt ihr euch also einrichten, die nächsten Minuten. Ich habe den Kurs genannt, Stark statt gestresst als Mama und Frau, weil das ja so unser Hauptthema ist. Wir sind gestresst, wir sind getrieben, wir sind unruhig aufgrund der Strukturen, in denen wir leben. Aufgrund der Strukturen, die unseren Alltag prägen. Und da darf man ausbrechen. In ganz kleinen Momenten des Alltags darf man sich Zeit nehmen und Stück für Stück diese Strukturen, die uns stressen, die uns unglücklich, die uns unruhig machen, die uns nerven, zu durchbrechen. Und wie alle meine Kurse ist auch der Kurs, obwohl der ein sehr umfangreicher Kurs ist, ihr könnt den innerhalb von drei Monaten machen, innerhalb von sechs Monaten machen, sind die einzelnen Einheiten natürlich immer so konzipiert, dass ihr die innerhalb von 10, 15, maximal 20 Minuten machen könnt, um wirklich das gut in euren Alltag einbauen zu können. Wenn ihr euch da mehrmals die Woche eine Viertelstunde für Zeit nehmt, mit einem schönen Tee oder Kaffee, dann könnt ihr den gut auch in eurem stressigen Alltag schaffen. Für mehr Freude, Gelassenheit und Ruhe. Und wir kümmern uns immer um andere als Mütter. Und mit diesem Kurs möchte ich euch einladen, euch mal wieder ein bisschen mehr um euch zu kümmern. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, was ihr tun sollt, was um Himmels Willen ihr machen sollt, damit es endlich besser wird, ist der Kurs die perfekte Anleitung dazu. Ihr habt insgesamt elf Module, durch die gehen wir gleich nochmal durch. Und diese Module enthalten immer Videos, Audios mit kurzen Übungen. Du erhältst das Wissen, das du brauchst, um dir das Mama-Leben zu kreieren, das du dir wünschst. Und um eine andauernde Motivation zu haben, um deinen inneren Schweinehund bekämpfen zu können und die positive Beeinflussung deines Unterbewusstseins, kümmern wir uns gemeinsam in dem Kurs durch Meditationen, durch Affirmationen. Ihr habt einfach durch diesen Kurs so eine Ganzheitlichkeit und erhaltet ganz viel Bonusmaterial, wie auch EFT-Klopfanleitung immer mit dazu. Der Kurs ist alltagstauglich auf den Punkt gebracht. Ihr habt völlig freie Zeiteinteilung, ihr habt eine hohe Flexibilität und habt relativ lange Zeit, um den Kurs für euch machen zu können. Ihr könnt fast alles herunterladen. Die Audios sind zum Download, die Workbooks sind zum Download. Das heißt, auch die Audios könnt ihr dann ein Leben lang für euch benutzen. Denkt immer daran, je stärker, entspannter, energiereicher du dich fühlst, desto kraftvoller dürfen sich auch deine Familie, deine Freunde und dein ganzes Umfeld fühlen. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, für dich und für dein Umfeld. Deine Kinder brauchen dich. Deine Kinder brauchen dich energiereich, kraftvoll, freudvoll. Und wenn du aber stecken bleibst in diesem Stress, in dieser Unruhe, in dieser Genervtheit, kommst du nicht in deine Energie und in deine Kraft und kannst dein Leben auch nicht so genießen und so kreieren, wie du das gerne haben wollen würdest. Lasst uns mal durch die einzelnen Module gehen. Es startet natürlich damit, dass ich euch am Anfang ganz genau erkläre, wie der Kurs nochmal genutzt werden kann. Und dann startet man in den Kurs und schaut erstmal, wo befinde ich mich gerade? Was sind gerade meine Baustellen? Was ist gerade der Ist-Zustand? Und wo möchte ich hinkommen? Also auch mal zu überlegen, wie darf es denn sein? Was ist denn meine Zielvorstellung? Und dann bekommt ihr ganz, ganz viele Tools mit an die Hand, die euch eben dahin führen. Und da darf man ausprobieren. Ist Yoga was für mich? Sind Affirmationen was für mich? Ist Meditation was für mich? Ist EFT was für mich? Sind die Journal-Übungen was für mich? Und dann pickt man sich das raus, was einem Spaß macht, was einem gefällt, was einen langfristig zum Erfolg führt. Und dann gibt es das Modul Nummer 3. Ich nehme mir Zeit für mich. Da geht es wirklich darum, wie organisierst du es denn? Als erstes, dir Zeit für dich zu nehmen im Alltag, Zeit für diesen Kurs zu nehmen. Modul 4 geht es dann um Selbstfürsorge, um Selbstwert, um das wieder zu stärken, dass wir uns selbst wieder wichtiger nehmen. Denn nur wenn wir uns Zeit für uns nehmen und wenn wir uns wichtig genug nehmen, machen wir auch die Schritte, die nötig sind, um zu unserer Zielvorstellung unseres Mama-Lebens, unseres Ichs zu kommen. In Modul 5 geht es dann auch nochmal ganz explizit um die Selbstliebe. Und dann ist auch schon Halbzeit im Kurs. Dann geht es nämlich weiter mit Modul 6 um Achtsamkeit. So diese kleinen Momente des Glücks, die guten Dinge im Leben wertzuschätzen. Modul 7 geht es um Ruhe und Gelassenheit, um Unruhe und Stress und was ihr dagegen tun könnt. In Modul 8, ich kann mich jederzeit gut um mich kümmern. Da habe ich nochmal ganz viele Quick-Tipps gesammelt mit Tipps und Übungen für den Alltag, die ihr jederzeit überall immer wieder einsetzen könnt. Weil das ist es. Nicht einmal im Monat eine Stunde was für sich zu tun, sondern täglich immer mal wieder kleine Einheiten von 5 bis 10 Minuten. Das ist es, was euch langfristig unterstützt. Dann geht es nochmal in Modul 9, weil ich das auch so wichtig finde, um Verzeihen und Loslassen. Alten Ballast abwerfen. Altes hinter sich lassen, damit man eben voller Energie und Freude und Zuversicht in die Zukunft blicken kann und vorangehen kann. Modul 10, das habe ich nochmal als Bonus-Modul kreiert, weil ich die Chakren so wichtig und interessant finde und auch super passend in unseren Mama-Alltag einzubauen. Deswegen gibt es in Modul 10 ein Bonus-Modul zum Thema Chakra-Heilung und wie man seine Chakren eben einsetzen kann für mehr Energie, für ein ausgeglicheneres Leben. Und in Modul 11 ist man dann schon beim Abschluss, wo man sich auch selbst nochmal feiert. Also auch das habt ihr immer wieder im Kurs, wo ich euch einlade, euch selbst zu feiern, wertzuschätzen, wie weit ihr schon gekommen seid. Und nutzt nochmal letztmalig die Möglichkeit. Bezahlt keine 555 Euro, sondern spart 70% bis zum 31. März. Ihr findet alles unten in der Infobox verlinkt. Lest es euch nochmal genau durch. Stellt mir unter dem Video Fragen, wenn ihr Fragen zum Kurs habt. Und dann gibt es diesen Kurs ab 1. April einfach nicht mehr. Dann ist der weg vom Fenster, dann gibt es den nicht mehr und ich weiß noch nicht, was ich danach mache. Nutzt diese Chance nochmal für euch. Der Kurs ist so wertvoll. Da steckt alles an Wissen drin, was ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte. All mein Expertenwissen, alles was ich selber ausprobiert habe. Nehmt die Abkürzung. Probiert nicht alles, was bei mir nicht funktioniert. Nehmt das. Nehmt diese Anleitung und lasst euch von mich leiten durch diesen Prozess hindurch. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Unterstützt mich gerne, indem ihr das Video kommentiert. Liked und teilt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.